Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tollatschen. Diese Tollatschen stammen aus Ostpommern. Sie werden gerne bei Schlachtfesten als Nachspeise gereicht. Tollatschen sind Klöße nach Art einer Blutwurst, die in Pommern und Vorpommern traditionell bei Schlachtefesten zubereitet werden. Es handelt sich um aus Mehl, Rasp, Grütze und Blut, Schweine- oder Gänseblut, hergestellte, etwa faustgroße Klöße, die häufig mit Rosinen gefüllt sind. Für 4 bis 6 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Knödel 6 altbackene Semmeln und Milch zum Einweichen der Semmel 250 ml frisches Schweineblut beim Metzger bestellen 75 g Weizenmehl Type 405 50 g Zucker 10 g Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker 70 g Rosinen, Korinthen oder Sultaninen 60 g Räucherspeck, Prise Salz Kochbrühe Kessel, Rinder- oder Würfelbrühe Folgende Utensilien werden benötigt. Wiegemesser, Schneidebrett, Topf, Schüssel, Küchenpapier Zubereitung Die Semmel etwa eine Stunde in Milch einweichen Den Speck fein wiegen Die Semmel gut ausdrücken mit den restlichen Zutaten zu einem Knödelteig verarbeiten Aus der Masse Knödel formen Die Brühe zum Kochen bringen und die Knödel darin etwa 20 Minuten gar ziehen lassen Die Knödel mit einem Schaumlöffel aus der Brühe entnehmen und auf Küchenpapier zum Abtropfen geben Als Beilagen eignen sich Apfelmus Diese Varianten gibt es Die Knödelmasse zusätzlich mit einem halben Teelöffel gemahlenen Anis, eine Prise gemahlenem Zimt- oder Lebkuchengewürz parfümieren Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!